das reiseziel ist sardinien das urlaubsziel sind schöne stellplätze und auch schöne strände gern auch in warmen meerwasser baden auch mal die annehmlichkeiten eines campingplatzes nutzen am liebsten auch mal frei stehen schöne orte werden klasse auch mal drama braucht man nicht hatten wir aber vielleicht auch mal ein kleines abenteuer zwischendurch jetzt aber erstmal von anfang an wir berichten zunächst von der anfahrt dann von unserem aufenthalt auf der insel und werden auch die kostenseite wie fairkosten mautkosten diesel und so weiter beleuchten also dann mal fix ein paar sachen zusammengepackt die lade rampe angebracht den roller aufgeladen hochmotivierte reise mitglieder eingeladen und ab geht die wilde fahrt erste etappenziel heißt rotenburg die stellplätze direkt an der altstadt waren total überfüllt und so sind wir zum parkplatz 3 p3 gefahren dieser liegt nicht ganz so zentral an der altstadt ist aber für eine übernachtung total in ordnung am nächsten morgen ging es weiter in richtung brenner und fernpass nach simione nächster etappenplatz ist der stellplatz in sterzink am brenner er liegt direkt an der autobahn in wunderschöner lage hoffentlich sorgen die hektischen bewegungen meiner holten nicht für ein schneechaos so alles einsteigen die türen schließen und weiter jetzt hier mal ein auszug aus der beliebten serie trucker babes mit großen schritten näherten wir uns nur dem gardasee bei feinstem wetter erreichten wir den stellplatz lugana marina in simione wie zu befürchten war der stellplatz rappelvoll aber wir fanden auch ein plätzchen und verbrachten dort zwei nächte und trafen sogar noch ein befreundetes ehepaar in der nachsaison ist der gardasee immer eine reise wert und es ist einer unserer beliebten etappenplätze am dritten september machten wir uns dann morgens auf den weg richtung liverno wo dann auch abends unsere fähre fuhr die fahrt nach liverno ist landschaftlich sehr reizvoll denn es geht durch ein ordentliches gebirge aber sie selbst wir kamen in liverno vier zu früh an und stellten unseren kai uhr also unser wohnhof auf einen parkplatz ab um mit den fellnasen noch mal vor der überfahrt eine große runde zu gehen gegen 18 uhr wurde es dann ernst und wir fuhren in richtung fähre wir haben mit unseren wohnmobilen schon einige fährfahrten hinter uns aber die einfahrt in den hafen ist immer wieder aufregend ein kleines highlight bot uns noch diese sportwagen truppe die mit uns an bord fuhr die 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 Unsere Fähre hat 500 Kabinen, ein Restaurant à la carte, Cafeteria, Spaghetteria, Self-Service, Schwimmbecken, Bars, Konferenzsäle, Kinderspielraum, Videospiele, Boutiquen und und und. Unsere Fähre hat gut 200 Meter Länge und so sieht unser Wohnmobil im Vergleich aus wie ein Spielzeugauto. Untertitelung des ZDF, 2020 In den letzten Jahren sind wir durchweg mit der Fährlinie Corsica Ferris gefahren. Hier haben wir festgestellt, dass es beim Auffahren manchmal rückwärts geht. Das ist für einige Gespannfahrer etwas schwieriger, aber es ist noch keiner zurückgeblieben. Die Auffahrrampe der Fähren war früher bei unseren Wohnmobilen immer eine knifflige Sache, ob man hinten aufsetzt oder nicht. Durch unsere Luftfedern an der Hinterachse haben wir die Möglichkeit, das Heck um 10 cm anzuheben. Damit gibt es keine Probleme mehr. Der Verladevorgang gleicht einem riesigen Ameisenhaufen, dessen System wir zwar nicht erkannte haben, aber es funktioniert. Wir haben eine Nachtfähre mit Kabine geordert, in der wir auch mit den Hunden unterkommen. Während der Überfahrt hört man natürlich die Motorengeräusche der Fähre, was uns aber nicht gestört hat. Gegen Morgen wird man über den Kabinenlautsprecher unmissverständlich darüber informiert, wann man die Kabinen verlassen sollte und sich zu den Fahrzeugen begibt. Fast pünktlich gegen 7 Uhr am nächsten Morgen spuckt uns das Fährchef in der Nähe von Olvia aus und wir suchen zunächst einen schönen Platz zum Frühstücken. Musik Musik Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Bereits nach einigen Metern wurden wir fündig und stellten uns in Strandnähe auf, um den Sonnenaufgang und ein leckeres Frühstück zu genießen. Der Platz hat natürlich keine Fähr- und Ansorgung, gefiel uns aber so gut, dass wir die erste Nacht dort verbrachten. Ein ungewöhnlicher Besuch tangierte unseren Parkplatz und so stellten wir uns auf, um die Strandparade der Schildkröten abzunehmen. Gegen Abend leerte sich der Strandplatz und so standen wir frei und allein. Am nächsten Morgen machten wir uns auf und fuhren Richtung Valedoria. Dort gibt es im Nordwesten einen Stellplatz, den wir schon mehrfach hängen besucht haben. Es ist der einfachste, aber auch der schönst gelegene Platz, den wir kennen. Er hat Fähr- und Entsorgung und es gibt auch Strom. Toiletten gibt es in der Snackbar und als Dixi-Klo, das allerdings in der Luxusversion. Der Platz liegt auf einer felsigen Anhöhe und verfügt über einen eigenen Strand, der meistens leer ist. Die Kosten belaufen sich hier auf 20 Euro pro Tag inklusiv Strom. Von oben betrachtet sieht man glaube ich deutlich, wie es um die Lage und die Aussicht des Platzes bestellt ist. Die Bilder sprechen da wohl für sich. Die Bilder sprechen da wohl für sich. Die Bilder sprechen da wohl für sich. Im nächsten Teil unseres Urlaubsvideos zeigen wir euch Castel Sardo und müssen leider auch von einem nicht so schönen Erlebnis berichten. Wenn ihr dabei sein möchtet, empfehlen wir unseren Kanal zu abonnieren und das Glöckchen auf alle zu drücken, dann bekommt ihr automatisch Nachricht, wenn das nächste Video den Schneidetist verlässt. Einen Daumen nach oben hilft uns ungemein. Bis plötzlich auf der Trauminsel Sardinien. Und bitte auf wir uns unterrichten. Oops. König Perorealm habe ich vielleicht niemalso über eine t grandes Stück Frage gesucht. Www. Www. Woher kann ich nicht mehr. Woher kann ich nicht mehr? Ja. Www. Ich wm. Wie? Glockenzen. Glockenze? Untertitelung des ZDF, 2020